Ja, das ist schon ziemlich spannend. Sauerstoff heißt ja bekanntlich Leben und ich bin hier gerade bei den Organen, bei den Luftröhren, insbesondere aber auch bei der Lunge und den kleinen Bronchien, die den Sauerstoff ja im Körper verteilen. Also der Sauerstoff kommt ja über den Rachen und Mundraum dann, über die Luftröhre in die Lunge, geht in zwei Äste hinein, verteilt sich dann über die Bronchien und verteilt sich dann über die Blutbahn wiederum bis hin zu jeder Muskelzelle. Und gerade wir im Sport brauchen natürlich extremst viel von diesem Sauerstoff. Um ein paar Zahlen vielleicht zu sagen. Nichtsportler haben in Ruhe etwa einen Umsatz Sauerstoff von 0,3 Liter pro Minute. Sportler haben einen Umsatz in Ruhe von 0,3 Liter pro Minute, also identisch. Aber unter Belastung sieht das völlig anders aus. Der Nichtsportler kommt maximal vielleicht auf 2 bis 2,5 Liter. Der Sportler auf das Doppelte. Wir wissen quasi von Radsportlern oder extremen Ausdauernsportlern, dass sie 5 bis 6 Liter Lungenvolumen, damit Sauerstoffvolumen bekommen in den Organismus. Kann man sich vorstellen, der Motor ist viel größer und dementsprechend die Leistungsfähigkeit natürlich auch länger, halber. Sauerstoff ist ja auch insbesondere natürlich die Form der Energiebereitstellung, die für den Sportler ökonomisch ist. Genau deswegen ist es so, dass gerade über das Ausdauertraining die Leistungsfähigkeit der Sauerstoffaufnahme als Kriterium für eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit letztendlich entscheidend ist. Ausdauertraining im Verhältnis zum Muskeltraining vielleicht so 3 zu 1 vom Effekt bezogen auf die Sauerstoffaufnahme. Aber auch der Ausdauersportler braucht gerade im Brustbereich eine breite Brust, so kann man es beschreiben, um viel atmen zu können. Und zum Zweiten auch Muskulatur, die eben dabei hilft, die Atemkraft aufzubringen, die dafür notwendig ist, den Brustkorb anzuheben und dementsprechend den Brauchraum weiterzubringen. Heißt für uns vom Sport, macht regelmäßiges Ausdauertraining, aber achtet insbesondere darauf, dass er die anderen Belastungen der Atemwege möglichst reduziert, wie Rauchen. Die Stressbelastung, auch das verkrampft letztendlich auch die Atemwege. Bleibt nicht so viel sitzen, denn ihr könnt euch vorstellen, da ist der Brustraum eingeschränkt und die Atemkapazität reduziert. Und natürlich auch das Sporttreiben vielleicht unter dem Aspekt der Umweltbelastung in Städten, Feinstaub und so weiter und so fort, muss man natürlich kritisch betrachten, weil die Feinstaubbelastung auch für den Sportler dann größer ist, wenn eben mehr da rumfliegt. Und das bedeutet auch, dass langfristig die Lungen damit einen negativen Effekt erfahren könnten. Heißt also, wenn wir Sauerstoffvolumen erarbeiten wollen, dann raus an die frische Luft, am besten im Wald, Ausdauertraining betreiben. Das erhöht das Volumen und damit die Versorgung der Zelle. Ja und schaut mal, das ist übrigens das Schlimmste, was man seiner Lunge antun kann, nämlich rauchen. Jeden Tag 20 Zigaretten geraucht, ist so viel Teer in der Tasse, die jedes Jahr in die Lunge hineinkommt und dann sieht sie so aus. Das Sauerstoffvolumen kann sich um bis zu 80 Prozent reduzieren. Und da ist natürlich eine Menge, da pfeift die Lunge aus dem letzten Loch, so kann man es beschreiben. Leider ist die Umwelt auch nicht mehr so optimal. Der Feinstaub, der da unterwegs ist, belastet natürlich gerade auch Sporttreibende in der Stadt sehr stark mit diesen Feinstaubbeanspruchungen, die in die Lunge hineinkommen, insbesondere dann, wenn man intensiv und tief atmet. Also deswegen auch hier nochmal mein kleiner Tipp, geht doch besser draußen in der frischen Luft im Sinne des Waldspaziergangs oder des Jogginglaufs draußen am See ein bisschen Sport treiben. Dann habt ihr mehr davon und vor allen Dingen auch eure Lunge bleibt gesund.